Training. Wir alle wissen, Training ist gut für dich. Training lässt dich länger leben. Training hält dich gesund. Training macht glücklich. Aber Training ist nicht gleich Training. Training bei uns ist besser als einfach nur Sport. Einfach nur Sport, das bedeutet spontane Unwetter. Unaufmerksame Verkehrsteilnehmer und Bären. Wir bieten eine moderne Trainingsumgebung und keine Bären. Das ist zwar in deinem Wohnzimmer auch so, aber bei uns gibt's mehr. Mehr Motivation durch Gruppenkurse statt einsames Einzeltraining. Mehr Effizienz und Sicherheit durch geschulte Trainer statt durch beratungsarme Online-Programme. Ich hab mich verletzt. Firi, hol Hilfe. Natürlich. Ich habe fünf China-Restaurants in deiner Nähe gefunden. Mehr Abwechslung statt einseitigem Training durch eine Vielzahl verschiedener modernster Trainingsangebote und Geräte, die du dir daheim nicht leisten willst. Mehr Gesellschaft und mehr Austausch. Unsere Omas haben immer gesagt, geh in die Tanzschule, da lernst du jemanden kennen. Wir sagen, bring deine Oma mit. Und lerne einfacher bei uns jemanden kennen. Ohne dabei peinlich rumzuzappeln. Außerdem bieten wir dir auch effektive Produkte und fachkundige Beratung für ein zielgerichtetes Training. All das kriegst du nicht mit einfach nur Sport. Alleine, draußen oder in deinem Wohnzimmer. Du weißt, wo du hin willst. Wir zeigen dir, wie du hinkommst. Schnell, gesund und sicher. Besser kannst du nirgends trainieren.